Bredenei ist ein südlicher Stadtteil der Stadt Essen. Die angrenzenden Stadtteile sind im Süden Fischlacken und Werden, im Westen Schuhe und Haarzopf, im Norden Margaretenhöhe, Rüttenscheid und Stadtwald sowie im Osten Heisingen, Geschichte. Die erste Erwähnung Bredeneis findet sich anlässlich der Einweihung einer Kirche in Werden am 10. November 875. Im Jahre 1036 ließ Abgerold eine Kapelle in Bredenei zu Ehren der Allerheiligsten Dreifaltigkeit errichten. Adolf von der Magge erbaute 1226 die Kasekundenhaus Baldenei, heute bekannt als Schloss Baldenei. Das alte Rathaus aus dem Jahre 1902 war bis zur Eingemeindung zur Stadt Essen am 1. April 1915 Sitz der Bürgermeisterei der Gemeinde. Zwei Hornschaften, bestehend aus den Ortschaften Bredenei und Schuhe, die seit 3. April 1875 bestand und am 1. September 1902 zur Bürgermeisterei erhoben wurde. Unter Bredenei wurde 1915 zur Stadt Werden eingemeindet. Heute ist in dem Gebäude des alten Rathauses eine Schule für Arbeits- und Bewegungstherapie untergebracht. Ab 1895 wurde die Siedlung Brandenbusch in unmittelbarer Nähe zur Villa Hügel von Friedrich Alfred Krupp nach den Plänen von Samuel Marx errichtet. Bis zu 600 Diener und Angestellte der Familie Krupp wohnten hier. Diese Siedlung wurde ähnlich den Siedlungen Altenhofie und Zwei in Cottagebauweise errichtet, wobei einzelne Sichtfachwerkhäuser heute unter Denkmalschutz stehen. Die Evangelische Kirche der Siedlung wurde 1906 von Karl Nordmann mit Bruchsteinsockel und Holztonnengewölbe errichtet. 1914 waren die letzten Bautätigkeiten in der Siedlung Brandenbusch beendet. Trotz Gründung kleinerer Zechen wie Zeche Flöte, Zeche Trotz, Grunewald und Prinz Georg und drei großen Ziegeleien Dann wurde Bredener ein bevorzugtes Wohnviertel mit einer Reihe von Bürgerhäusern, Lasonierung. In grün ein silberner Balken belegt mit einem schwarzen Wechselzähnenbalken. Das Wappen wurde von Kurt Schweder entworfen und hatte nie offiziellen Charakter. Ende der 1980er Jahre schuf der Heretiker für alle Essener Stadtteile Wappen. Sie sind inzwischen von der Essener Bevölkerung gut angenommen worden. Die grüne Schildfläche steht für Aue, abgeleitet von Bredeneuier, Bredeneuier oder Bredeneuier. Der Wechselzähnenbalken stammt aus dem Wappen der Herren von Bottlenberg. Politik Von 1946 bis 1975 vertrat der Großhandelskaufmann Hans Thussiind den Kommunalwahlbezirk 40. Den Bredeneuier zusammen mit Essen für Schlacken und Essenschuhe bildet im Rat der Stadt Essen. Thussiind amtierte von 1949 bis 1956 als Oberbürgermeister der Stadt Essen. Von 1975 bis 1999 gewann der Rechtsanwalt und Notar Wolfgang Reiniger diesen Wahlbezirk. Reiniger wurde 1999 zum Oberbürgermeister der Stadt Essen gewählt und 2004 wiedergewählt. Bei den Kommunalwahlen 2004 und 2009 wurde der Rechtsanwalt Matthias Hauer im Kommunalwahlbezirk 40 in den Rat der Stadt Essen gewählt. Dabei wurde jeweils das stadtweit höchste CDU-Ergebnis erzielt. Weiterhin wurde Andreas Hellmann über den Platz 4 der Ratsreserve-Liste für Bredeneuier in den Rat der Stadt Essen gewählt. Für Bündnis 90 Die Grünen vertritt Elisabeth van Heesch-Augas den Ort im Rat der Stadt Essen. Infrastruktur Sehenswert sind die Villa Hügel als ehemaliger Sitz der industriellen Familie Krupp sowie der Familienfriedhof Krupp und der Baldeneysee. In Essen-Bredeney gibt es zwei evangelische, einen katholischen und einen deutsch-französischen Kindergarten. Dazu gibt es die Grafspieh-Grundschule und die Meisenburg-Grundschule. Als weiterführende Schulen stehen das Gymnasium Grashof und das Gymnasium Goethe-Schule zur Verfügung. Das Verkehrsaufkommen ist zum Teil sehr hoch, da die Bundesstraße 224 durch den Stadtteil Bredeney führt und direkter Anschluss an die A52 besteht. Trotzdem liegen hier auch essensgehobene und ruhige Wohngegenden. Die erste Straßenbahn fuhr schon 1897 durch Bredeney. Der Röp-NV versorgt heute den Stadtteil mit den Straßenbahnlinien 108 und 107. Zusätzlich verkehren die Buslinien 142, 169 und 194 sowie die Nachtexpresse NE8, NE9 und NE13 der Essener Verkehrs-AG. E-Geografie Bredeney liegt im südlichen Ruhrgebiet an den Ruhrhöhen. Naturräumlich liegt Bredeney am Übergang des Westenhellwegs zum Ruhrtal als Teil des bergisch-sauerländischen Unterlands. Der Stadtteil hat im Osten Anteil am Stadtwald einer ausgedehnten Waldfläche auf den Ruhrhöhen an der Grenze zum gleichnamigen Essener Stadtteil. Westlich oberhalb der Ruhr wird der Stadtwald durch den Kruppwald fortgesetzt. Im Süden bilden die Ruhr- und der Baldenaisee die natürliche Grenze des Stadtteils zu werden und Fischlaken. In Bredeney entspringt an der Nordflanke der Ruhrhöhen der Borbecker Mühlenbach. Dessen Quelle liegt im Westteil Bredeneys in mehreren Sieben. Der Borbecker Mühlenbach fließt in nördlicher Richtung der Emscher zu. Er durchfließt den Grugerpark und speist dort Margaretensee und Waldsee. Ebenfalls im westlichen Bredeney, auf der Südseite der Ruhrhöhen, entspringt der Wolfsbach. Er fließt in südlicher Richtung und mündet kurz hinter der Stadtteilgrenze zu Werden in die Ruhr. Zuvor nimmt er noch das Wasser des Assaybachs, auf dessen Lauf zuvor die Stadtteilgrenze zu Schuhe bildet. Die Stadtteilgrenze setzt sich entlang des Wolfsbass fort. Bilder, Punkt, 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 Punkt